Schuhe und den Nacken, das ist schön, einfach so wie es. Ach Gott, es hat euch gedrutscht, es hat euch noch gegründet, es hat euch noch gegründet. Je nachdem, wenn ihr schon länger auf seid, das macht euch noch gegründet. In jedem Atemzug hat euch eine Glücke. Ausatmen, gehen nach vorne, in den Vorwärtsflügelung, nachdem ihr mindestens ein Teil der Worte kommt. Die Jägen, dann eine super schöne Lange machen, und ausatmen, den Zugladen ins Bett, und die Körper abziehen und nachziehen. Die Jägen, die Füße stecken, geht ganz klar auf nachdenken. Wenn es streng ist, mach ein Licht. Wenn ihr Füße stecken, ist ihr öffnet, das ist das Ding. Genau. Und atmen. Tief aufatmen. Gut. Ein nächstes Mal hin. Einmal noch ein bisschen. Schön. Ausatmen. Und mit der Ausatmen. Geh noch ein bisschen. Geh noch wieder zu. Füße stecken und die Finger verschlecken. Und mit der Ausatmen. Geh noch wieder zu. Füße stecken und die Finger verschlecken. Ausatmen. Ausatmen. Gut. 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 Einmal viel viel Atmen. Und mit der Ausatmen. Ein bisschen. Jetzt sind wir aufgeklemmt. Das ist heute so ein Größbuch von Nacht. Wir lösen die Hände. Gehen wir noch einen Moment zum Spüren. Aus dem du ziehst. Und die Arme durchführen. Und öffnen. Einst du streit. Öffnen. Fieber. Die Handseite nach vorne. Öffnen. Die Bruststärken. Wie ich bin mit Beinen oder so, dass ich ihn nicht kenne. Okay. Noch mal die Vieratma. Letztes Mal die Vieratma. Ruhe mit dem Ausatmen. Immer nach vorne. Ganz locker. Arme ablicken. Und fortstehen. Und dann wieder an.